Dr. Teufel, Grüße! Wieder hier, wieder mal. Gerade kein kleiner Sporen. Ihr Kämpfer, ne, ja. Die kommen uns jetzt entgegen, oder? Mal sehen. Mein erster, mein Solo-Raid, wie immer, geht gut. Jetzt habe ich wieder Begleitung, da werde ich wohl wieder aufs Maul kriegen. Kannst du mich vorne wegrennen lassen. Der Flug darf Begleitung nutzen. Das bringt, glaube ich, nichts. Du willst zum Bunker? Naja, eigentlich will ich gucken, ob der uns fest rumwatscht. Und wenn hier was ins Besen kommt, abschießen. Da ist Interesse ins Gap, vorm Felsen. Ich schaue gerne Tag und Tag, aber keiner aus meiner Liste auf Tritt spielt es. Jetzt ist er weggegangen. Das ist die... Würdest du auch abends gucken? Weil ich spiele es ja schon, aber erst diese Woche immer halb elf. Weil... Oh, ich sehe es, gell? Da redet noch einer vom Felsen. Oh, eigentlich müsste es mich ja verletzen. Ich bin oberhalb links von dir. Ich habe ihn umgelegt. Na ja, ich mache das so... Ich bin bei der Steinmauer. Ja, okay. Sehr gut. Kannst dir aufpassen, dass keiner von drüben rüberkommt. Ja, das habe ich. Genau, das war mein Plan. Nein. Rein theoretisch schon, hängt davon ab, was ich gerade zocke. Okay. Dann kann ich ja mal gucken, ob ich heute den Stream anschmeiße, falls ich mit... 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 mit Blei... da kann ich zocke. Upsa, wie schön. Ich brauche einen AWL und einen Elektromotor. Hier kommt was. Wo? Bei mir. Ich bin oben am Kartenrand an der Mauer. Jetzt läuft es in Richtung Felsen. Du musst hier unten in der Senke sein, oder? Ja, ich bin hier unten an den Felsen. Und ich kenne hier unten in der Senke. Ich bin hier unten in der Senke. Ich bin hier unten in der Senke. Ja, ich müsste zählen. Lieb mal weg, ich müsste zählen. Hä? Ich muss mal gucken. Normalerweise müsstest du jetzt das Zeichen haben. Oben, oben, links. Stimmen, du hast recht. Spawnen was. Bittern, bedeutet, müsste Schmerzen sein. Da ist noch was. Ich sehe die Ratte, Goni. Warte mal. Warte mal. Was waren die blöde Quests? Betrap Evidence? Ne, das ist okay. Ach ja. Ach, Wounded Beast. Oh, einen ersten. Ah, okay. Der erste hat ja nicht gezählt. Ja, ich habe ja schon drei. Da tritt er jetzt auch nicht, weil ich die Wunde geschlossen habe. Der kaputte Arm zählt wahrscheinlich nicht. Ja, du kannst den Arm aber wieder dran flicken, dann müsste es gehen. Na, ich habe nichts zum dran flicken. Du hast nichts. Du musst zu mir kommen. Nö, ach, lass. Ich habe CMS mit. Oh, oh. Oh, wow, wow. Sitzt du immer noch im Busch? Ne, ich bin schon wieder am Looten des Skeps. Was? Das ist sehr gut. Hast ein ordentliches Upgrade. Wie läuft was? Was heißt? Ich laufe hier. Wo? Was heißt hier? Ich bin immer noch an dem Felsen, wo ich jetzt gerade war. Ich laufe hier. Ich habe links von mir Schritte gehört. Durch den Busch durch? Ja. 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 Tut mir ja fast leid, aber so herum ... Ich muss da bloß, wenn du alles gequiert hast, in den Bunker rein. Oh, hier ist ein Gegner jetzt. Hier kommen Gegner. Wo bist du genau? Ich bin jetzt runter Richtung Bahnhof. Ja, und die Gegner? Die kommen von dort, also mich nicht abknallen. Die kommen auch von hier. Also komme ich jetzt von hinten an dich ran, oder wie? Ja. Oh, leise, mach nicht so laut. Im Busch? Ich bin hier im Busch, ja. Oh, hier rennt einer. Ich schleiche. Ja. Bist du gesprungen, oder der? Nee, der, der. Der ist bei uns im Geffbunker. Was? Das kann ja auch nicht sein. Der war doch hier auch im Felzenkrater. Zumindest in Richtung Geffbunker ist eventuell unterwegs. ja ich höre dich du bist links und ich höre recht du könntest mich vielleicht sehen gef links von dir eigentlich also von mir ist allerdings das bist jetzt du oder ich hab waffe geklappert jetzt hat gerade einer genau waffe hat geklappert nachgeladen oder sowas so ich gehe zum bahnhof ok links oben an der mauer ich bin auf der anderen seite vom felsen hinter dir ja meisterschütze matze kriegst du das über dem boden ja ja ich will dich ja nicht ärgern aber hatte gestern noch als geft reiser leber auf customs gefunden du willst mich ärgern na gut guck mal hin zum auskürz ja los mal jetzt willst du ganz am kortenrand über ruf wollen wir ja ich weiß nicht wir laufen hier richtung sniper felsen wir laufen und ich habe eine verlautung bin im im bahnhof kommst du klar ja hast du ein cms bis zum bahnhof ja ich habe alles dabei warte dann komme ich mal zum bahnhof das muss jetzt gezählt haben aua aua so wie viel hast du jetzt da wieso zählt denn der nicht alter ich hatte schmerzen ohne ende wie viel schmerz muss ich denn noch ertragen junge das ist doch dumm hat nicht gezwingelt komisch jetzt gehe ich zur skeffütte hinter brech mir das bein und dann skeffütte skeffütte ja auswärts dahinten ach so 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 oh mein Bart guckt in der Nase wir kriegen morgen Besuch da freue ich mich schon drauf da muss der Matze allerdings am Grill stehen das gefällt ihm gar nicht so toll ich bin vor dir beim umgestürzten baum am hang am ersten baum darunter weißt du wo ich meine ne wenn ich vor mir jetzt schaue sehe ich den sniper felsen ok da hast du einen hang der nach links abschüttet ist und da ist ein umgestürzter baum gut und unterhalb dieses baumes am am einem stehenden ersten stehenden baum hocke ich du raschelst minimal jetzt jetzt hab ich geraschelt ok das war's gut ui ui hast du ihn abgeknallt na ja ins Bett ok so da ist der felsen voll beladen du bist nicht im bunker drinnen? ne ok dann hab ich Besuch boah hat sich nicht im knochen gebrochen da hab ich geraschossen wenn das jetzt hier wieder nicht zählt alter genau so in den großen felsen ich bin an der skelle ich bin an der skelle aber das zählt wieder nicht alter da ist doch was faul da ist doch was faul ich bin total verkohlt meine knorren sind schwarz wie cola ich bin an der mauer ich bin an der mauer schießt du schießt du ich hab einmal geschossen ah ok das zählt einfach nicht alter du siehst ich seh aus wie ne kohl hast du den jetzt down hast du den umgehauen ins gef ja ja alle tot 3 stück erschossen hier SP ok ich bin an dem großen felsen ok ich gehört an dem ganz großen hohen felsen da war wieder ein skelle mhm zählt aber alles einfach nicht ich bin einfach mal zu voll ah ok ich will rennen das geht darum nicht ich bin einfach mal zu voll 5 ja ich laufe hier direkt durch zum outskirts müsste so ungefähr in 10 minuten da sein was ist denn die mission naja eigentlich sollte ich unter Schmerz-Effekten ähm 3 Skepsa schießen das dumme ist nur Schmerz-Effekte ich laufe hier bist du schon beim oder wo bist du ach du kommst jetzt über den Hügel nö ja ich laufe hier unten lang ich komm nicht über den Hügel ich laufe hier unten an der Skaffitte rum bist du noch so weit hinten ich laufe auf der Strasse direkt aber ich sehe das Auto ach ja da weiß ich du rennst ich bin jetzt ja bin hängen geblieben kann ja jedem mal passieren das dumme ist nur dass ich ja zwar schwarze Knochen habe aber das ist ja nicht irgendwie als Effekt wie weit bist du denn noch entfernt? ich bin ja nicht mehr so weit ich bin ja nicht mehr so weit ich betrete jetzt das innere des Waldes ich sehe das Auto dahinten schon Alter müsstest du ja mich sehen ja ich sehe dich du bist gerade hinter dem Gebüsch verschwunden ja alles umsonst einfach aber Haufen Skaffs habe ich erschossen was hier vier und da unten vielleicht sechs zehn Skaffs vielleicht schätze ich mal ach ne da waren ja auch nochmal zwei am Sniperfelsen naja zwölf Skaffs schätze ich zwölfe beide witziger gut gelootet ich wiege 48 Kilo ich hab unten im Bunker ihn umgehauen ja tausend Punkte brutal Paul grüß dich du brauchst gebrochene Knochen oder Durst nur schwarze Gliedmaßen reicht nicht ja danke hm das ist hm Slyer am besten man lässt sich mit sowas wie glaube ich wie 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 3-3-6 anschießen weil dann hast du sofort ja aber ich hab doch auch ich hab doch auch Schmerzen gehabt zwölf Stück hab ich ganz gut geschätzt ich hab doch auch Schmerzen gehabt als die mich angeschossen hatten ich hatte Blutung alles ich hatte Schmerzenträger oh fast 15 wieder auf Bis zum nächsten Mal.